Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play The Division. Tom Clancy noch davor. Bei mir natürlich hier wieder der Spacey von Spacey-Gaming. Genau. Ja. Hallo zusammen. Und wir immer noch hier im Tunnel. Queens Tunnellager 24er Mission. Und ja, hier haben wir aufgehört. Weiter geht's. Ich bin aufgeregt. Wir haben gerade was rausgefunden. Ja, kurz davor noch wollte ich sagen, das ist der zweite Teil. Übrigens den ersten Teil findet ihr bei uns auf dem Kanal. Was, bei uns? Ja, bei uns. Ja. Ja, bei uns. Bei uns beiden findet ihr auch noch den ersten Part. Genau. Du bist Axis. So, genau. Wir hatten was rausgefunden. Wir haben gesehen, die Geschütze, wir hatten ja in dem anderen Teil, hatten wir ein bisschen Problem. Wir wussten nicht, wie wir die Geschütze deaktivieren können. Und der Godi hat herausgefunden, oder ihm ist aufgefallen, dass dort Kabel wegführen zu diversen Schaltungskästen. Und da können wir, glaube ich, die Geschütze deaktivieren. Ja. Ich würde mich mal jetzt da kurz reinwagen. Ja, genau. Mach das mal. Und das Ganze testen. Und zwar kommt das hin. Piep, piep, piep. Jetzt sollte es gleich zusammenklappen. Cool. Und jetzt ein Königreich für ein Medikit. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Wie viel hast du noch? Ich habe noch, Moment, zwei. Oh, das ist ja richtig Luxus. Wieso? Bist du leer oder was? Ich bin Medikit-mäßig leer. Ich habe aber meine Heels und ich habe gerade umgeskillt. Ich habe jetzt noch einen Doppel-Heel. Genau. Mal gucken, aber, ja. Ja, wir müssen aber mal gucken, dass du auch schleunigst einen Medikit dann noch bekommen. Ja, eins wäre gut. Kommen wir hier mal in die Ecken vielleicht. Vielleicht haben wir da Glück. Da hinten ist noch ein Raum. Da liegt eins. Da hinten liegt tatsächlich eins, wo du gerade warst. Das nehme ich gleich mit. Ja, mach das. Aber hier ist noch ein Raum. Was haben wir denn hier? Konferenzraum und nichts drin. Okay, komm. Medi-Kids gibt es, glaube ich, nur in diesen... Ja, den Rucksack kann ich schon wieder nicht aufheben. Ja, warte. Den kann ich uns öffnen. Da müsstest du... Nee, hast du leider nicht. Medi-Kids gibt es echt nur in diesen roten Erste-Hilfe-Taschen, ne? Ja. Da ist rechts noch ein Raum. Sollen wir da auch nochmal gucken? Ja, lass uns mal reinschauen. Vielleicht hast du ja Glück. Der sieht noch kleiner aus. Ein Fass und... Nichts anderes. Schade. Gut, dann müssen wir gucken, dass du vom Gegner eins looten kannst. Nee, hier vorne ist ja eins. Das nehme ich mir jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe... Ach, genau. Da hast du ja noch eins. ...aktiviere hier nicht irgendein Geschütz oder ein Event. Erste-Hilfe-Set gefunden. Okay. Lass nochmal hier... Links. Ja, ja, ja. Danke, dass du es sagst. Genau hier würde ich dann auch gerne nochmal gucken. Ne, das ist die Auf-Munitionierung. Da gehe ich jetzt trotzdem mal hin. Ich glaube, ich bin nicht... Ja, doch, ich bin voll. Da hinten ist eine Erste-Hilfe-Tasche. Ja. Ich glaube, wir picken uns hier tatsächlich noch ein Medi-Kit raus. Sehr schön. Damit hätten wir wieder zwei. Und du vier. Ich habe drei. Ach so, hast du den Skill nicht, wo du vier Stück tragen kannst? Äh, den habe ich nicht, nee. Ah, okay. Aber irgendwie bin ich gerade aus dem Bild raus mit meinem... ...mit meinem Cursor. Ich glaube, als nächstes müssen wir sowieso einen Laptop starten oder so. Und dann kommen wahrscheinlich eine Horde von Gegnern. Ja, gehe ich auch mal von aus. Also hier finde ich nichts mehr. Ne, ich glaube, wir haben das hier alles abgearbeitet. Ich würde sagen, ich gehe mal ans Laptop da oder an den Rechnern. Ja, viel Spaß. Ich suche mir mal irgendwie eine Ecke, wo ich... Drück mal wieder irgendwelche Knöpfe hier. Ja. Und schick dann... ...gleich trägt man einen Scan los. Oder? Oder? Das wird fatal. Ich spüre es. Oh. Ja. Ja, Achtung. Wie ich schalte Kühlung aus? Was hat er denn vorher? Ja. Sehr gut. Mission beendet. Erfolgreich. Cool. Ja, danke. Leute, war schön mit euch. Danke fürs... Nein, noch nicht, ne? Ne, nicht wirklich. Da geht es die Treppen hoch. Okay, also anscheinend... Ich such mir mal ein bisschen einen sicheren Standort hier. Meinst du, hier kommen die jetzt runter oder was? Habe ich vermutet, aber scheint so, als ob da keiner kommt. Kommen wahrscheinlich erst, wenn wir uns hier auf der Treppe befinden. Lass mal langsam... Jeder, der jetzt gerade hier vor dem Video sitzt und sagt, oh, ihr Schisser macht endlich hier eine Ruhe. Ja, genau. Okay, Sie sind jetzt am Waffendepot. Sobald Sie die Tür eintreten, sind Sie auf sich allein gestellt, bis ich Verstärkung schicken kann. Also passen Sie gut auf, denn es wird ziemlich heiß hergehen. Aber hier sind noch Räume, die würde ich gerne erst wieder mal... Ja, lass uns sie erst mal hier durchsuchen und dann... Alles mit der Ruhe. Wir machen ja alles hier koordiniert. Koordiniert, unkoordiniert. Ach, hier geht es auch nach oben. Okay. Wahrscheinlich haben wir die Möglichkeit, über zwei Wege da hoch zu tingeln. Ja, ich würde aber gerne noch mal kurz nachgucken. Ja, ja, definitiv. Haben wir hier, hier haben wir nix. Hier ist Ausgang. Gibt es hier nicht noch? Nö. Hier gibt es noch eine... Das ist, glaube ich, oberhalb, ne? Ja. So, ja, dann... Ja, würde ich sagen, gehen wir hoch, oder? Wollen wir es reinlassen, ja. Okay, da oben ist einer. So, hier ist ein Geschütz, Vorsicht. Äh, der ist aber aus, glaube ich. Zwei Typen. Ja, sehr. Ja. So, pass auf, ich posiz... Ach, hier, ich bin... Ich stehe total scheiße. Du kannst den rechten nehmen, ich nehme den hinteren. Ja, aber rechts hinten ist noch einer hinter, bekommt einen Container oder so. Der wird mich... Boah, der wird mich hier aufs Korn nehmen. Nein. Da müsste einer nicht hochklettern, um Gottes Willen. Ja, ja, ich wollte hier hochklettern. Was machst du, ist du? Johnny! Ja, hier rechts. Da oben ist ein Sniper. Ich halte dem ein Auge. Oh, Sniper kommt, glaube ich. Kriegst du den anderen bewacht? Äh, ich krieg den gerade hier gar nicht ins Target. Jetzt habe ich einen Kopfschuss. Ja, meinst du. Hau ihn weg. Äh, komm. Hier kommt. Nein. Scheiße. Mein Gott. Habe ich jetzt auf Risiko gemacht, aber... Ja, danke. Gerne. Sniper ist da. Sniper ist weg. Perfekt. Ja, der Godi, der rettet hier meinen Arsch, muss ich ja so sagen. Ey, das ist... Einer muss es doch tun. Natürlich. Keine Neustartzone. Oh, nö. Aber uns doch egal, denn wir sind... Das ist immer so ein Wind mit einem Zaunfall vom Spiel her. Ja, ja. Achtung, du bist gleich eh im Arsch, ja. Genau so. Ach, ich fluche schon wieder. I, zu viele Schimpfwörter hier meinerseits. Es tut mir leid. Ich möchte mich entschuldigen. Ich schäme mich und... Ach, nö. Jetzt schon? Scheiße. Wo denn? Was? Ich wollte hier hoch. Ich gehe hoch. Ist mir egal. Hier oben fühle ich mich sicher. Oder? Ich gehe hinter das Schiffschitz. Wo denn? Alter! Okay, den habe ich. Ach, da ist noch so ein Miststück. Ja, ja. Die kommen alle jetzt in Scharen. Sehr gut. Wo denn? Wo denn? Sag mir, wo? Da rechts unten. Ach, da. Ey, das Problem ist... Ah, der ist abgehauen. Mein Geschütz ist im Moment nicht so effektiv. Die treten halt immer schön weg. Oh. Boah, ich habe den nicht getroffen. Gibt's ja nicht, ey. So, wird langsam voll hier unten. Boah, die haben mich. Ich liege. Ja, aber... Ich muss gucken, dass ich hochkomme. Ich komme leider nicht runter. Ja, das wird jetzt schwer. Scheiße, ey. Baste, schaffste, schaffste, schaffste. Klar. Danke. So, dann bleib ich auch mal hier oben, weil unten wird ziemlich heiß. Problem ist... Ach, da oben sind noch mehr. Ja gut, ich gehe mal weiter hier. Dann können wir beide ziehen. Ach, da ist ein Sniper da oben. Ja, ich versuche mal hier irgendwie... ein Geschütz... Ganate, Ganate. Wow, 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 wow. Mich hat sich schon wieder zerlegt. Das gibt's doch nicht. So, ich habe das Gefühl, die kommen hier aber irgendwie hoch oder so. Bestimmt, ja. Ich habe das Gefühl, ich muss den verdammten Sniper endlich mal erwischen. So, der Sniper ist weg. Ich lieg. Die kommen hier... Die wollen hier gerade hochkommen. Die weitere Feinde, wir sind ja nicht mal mit denen fertig. Nee. Mein Gott, ich kriege den nicht ins Ziel. Der steht hier schön an dem Container. Wir müssen aufpassen. Oh, da ist auch ein Sergeant. Achtung. Sergeant Kim oder so. Verstärkung ist gleich da. Verstärkung ist gleich da. Wo denn? Scheiße, wo denn? Hab ich? Sehr gut. Okay, perfekt. Ah, da hat einer ein Geschütz gestellt. Und ein Sniper oben. Ich werde gucken, ob ich... Oh, hier ist einer oben. Nein. So, den haben wir. Puh! Boah, ich bin hier übelst angeschlagen. Dann, äh... Irgendeiner schießt hier auf mich. Ach, jetzt wollte ich dir ein Heel geben und lieg schon wieder. Achtung, hier ist einer oben. Ach, nee, 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 nee. Nee, wir dürfen hier nicht auseinander sein. Das... Ich kann dich nicht heilen da hinten. Ja, ja, ich hab's gemerkt. Aber ich hab da keine Freischussbahn gehabt, weil an der anderen Säule kann ich, äh... Kann ich keine Deckung nehmen. Und an der größeren Wand da oben? Erstmal liegt hier ein Medikit für mich. Das ist doch schon mal wichtig. Puh. Ach, wie schön. Der Loot bleibt bestehen. Ja. Geil, hier hab ich einen Blaudrop. Dann machen wir das noch zehnmal und dann... Ja, dann bist du ausgestattet. Mega-epics. Warte, hier hinten ist noch irgendwo was zum Aufheben. Aber ich fürchte nur ein Granatenkistchen, ne? Ja, und das kann ich nicht mal gebrauchen, der Ding. Nö, ich auch nicht. Lass mal... Bevor wir noch starten... Lass mal eine gute Posi suchen. Ich fand da oben nicht so schlecht, aber... Da oben ist auf jeden Fall cool, aber... Äh... Wenn du hier stehst, hier kann ich keine Deckung mehr nehmen. Hm. Das Problem ist, vielleicht sollte sich sogar auch einer hier positionieren, aber ich weiß gar nicht, muss ich mal eben schauen. Wäre vielleicht eine Idee. Oder hier das Geschütz hinsetzen in den Gang. Ja, aber das Geschütz hält ja leider nicht so lange. Ja, das hält leider nicht so. Also von hier wäre gut, hätte ich aber Schiss, dass die hier hochkommen. Und die kommen hier hoch, weil die oben waren nicht. Die kommen, ja, ja. Wenn, dann müssen wir beide hier sein. Und einer muss immer nach da rechts gucken. So ist nicht schlecht. Also das ist, ja... Aber hier sitzen wir wie auf dem Präsentierteller, weil die kommen auf jeden Fall hier mit zwei, drei... Ich sag ja, da muss jemand gucken, da in die Richtung. Da stehen wir dann, äh... Oder... Da sind wir hier sicherer, aber... Ja. Ja, hier habe ich ja keinen Schussfeld auf das, was auf dem Platz passiert. Stimmt, auch wieder. Schwierig. Was ist mit weiter hinten? Haben wir da noch was? Was hältst du denn davon, wenn wir uns hier so konzentrieren? Die müssen ja eh hier hinkommen. Warte mal, ich gucke mal eben. Ja, hier ist doch perfekt. Hier haben wir auf jeden Fall mehr, mehr Auflau... Auslauf, ja. Ja, hier will ich nicht. Hier haben wir einen Überblick und, ähm... Hier, genau. Ja, da kann ich hier schon ein Geschütz hier rausstellen. Da können sie nicht kaputt treten. Ich würde sogar hier hingehen, ja. Weil dann kann ich da gegenüber, oben. Über, unten und... Ja, hier fühle ich mich wohl. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das so. Soll ich mal eben drunter und, äh... Ja, aktiviere mal. So, komme ich hier auch gleich wieder hoch? Ich, äh... Ja, ich komme nicht hin. Nee, 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 ich muss über den Container hoch. Puh, das wird ein heißer Ritt, Jungs. So, dann schnell weg hier. Drei Minuten aushalten. Ja, drei Minuten ist eigentlich nicht lang, kann aber eine Ewigkeit bedeuten. Boah, ein Sniper oben, ich kotze, ey, ehrlich. Glaubt ihr das? Oh, ich muss mal hier was... Sniper weg. Ich muss mal eben die Waffe wechseln, einen Sniper, ich auch mal ein bisschen. Äh, warte. Sehr gut. Da kommt schon die Nächsten. Von wo ich sie gerade nix. Links, jetzt rennen die rechts rüber. Ach, da. Ja, super. Kann eigentlich von mir hier hin, ist auch eine Leiter. Da kommen welche, glaube ich, durch den Gang. Sniper oben. Sniper weg. Den anderen habe ich noch nicht wirklich erwischen können. Ähm, ich bin tot. Also angeschlagen. Ich rutsche zu dir. Oh, Granate. Granate. Äh. Hast du überlebt? Ja. Sehr schöner Kill. Sniper oben. Versuch es, warte. Ab. Ah, super. Oh, der einen, den habe ich mit meinem Ziel mal nicht. So, jetzt aber. Habe ich. Den da unten. Unten habe ich. Perfekt. Der ganz unten ist noch einer. Ach, vor uns ist auch noch einer hier. Ja. Ach du Scheiße. Den habe ich gar nicht gesehen. Sniper, Achtung. Sniper. Oh, ich habe mir mal geheilt. Miststück. Habe ich. Sniper ist weg. Sehr gut. Da bauen die ein Geschütz auf. Ich setze auch mal eins runter. Die Säcke. Da ist sie jetzt auch ein Starge und bei. Granate. Granate bei dir? Boah. Ich war nicht schnell genug. Boah. Eine Granate ist gut, Alter. Die rasten ja komplett aus, ey. Ja. Der hat doch diese Haftgranaten, glaube ich. Ich werfe mal selber eine Granate. Ja, das ist eine gute Idee, ey. Die bombe ich jetzt mal ein bisschen zu. Der eine kommt hier hoch. Scheiße. Der ist hier oben. Welche Seite? Welche Seite? Ja, hier. Der kommt von links. Die klettern hier jetzt hoch. Hä? Leiser. Ach du Kacke. Fuck. Ja, perfekt. Den hast du sogar. Bei unten ist die Link. Da hast du Heal. Ja, danke. Unten ist die Hölle los übrigens. Hast du mal runtergeguckt? Boah, ey. Ja, boah, ey. Gucken, dass wir hier irgendwie einen von diesen Pennern hier noch wegkriegen. Ja, hier der... Ja, einen habe ich noch. Jetzt sind es drei, die ich unten sehe, aber... Oh, oh. Pass auf, der eine lila, ne, der will hier wieder hoch anschein. Bin gerade ein bisschen festgesetzt. Fest gesetzt. Boah, Granate. Achtung, Granaten. Der wirft schon wieder hier. Da kommen Dauergranaten. Hilfst du? So, warte. Der wirft er da, glaube ich, was? Ja, wirft er. Ich krieg hier kein vernünftiges Ziel. Wenn du hier hinkommst, kriegst du den Heal mit. Der kommt die Dings hoch hier, der Penner. Der kommt die Leiter hoch. Der ist oben. Der ist schon oben. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, glaube ich. Ja, okay. Oh, jetzt kann ich nicht visieren, wenn du so stehst. Warte, ich gehe rüber. Warte, der andere ist auch schon oben. Ich weiß. Ich setze mal ein Geschütz da hinten hin. Dass die mal ein bisschen unterhalten werden hier. Ja, definitiv. Hast du eine Granate geschmissen? Ja. Boah, ich werde auch wieder hier bombardiert. Ich liege. Scheiße. Warum dauern bist du lange hier? Ja. Scheiße. Weil ganz down war. War ganz down. Ja, ich muss aufpassen jetzt. Ich muss aufpassen. Ja, pass auf. Mach ganz ruhig. Mach ganz ruhig. Passt es, jetzt passt es, jetzt passt es. Was auf der andere kommt. Ja, ich weiß, aber passt. Ja, perfekt. Boah, jetzt haben wir hier aber richtig scheiße, dass die oben sind. Granate wieder? Ja. Komm nicht weg. Extra gesprungen. Lass dich nicht killen. Jetzt lass dich nicht killen. Ja. Das war's, ne? Das war's. Hä? Wir müssen nicht schneller kriegen. Die Penner, ey. Oh, der Granatenwerfer ist das übel. Alter. Ja. Freunde, ey. Das rockt. Er hat einen Bums. Das gibt's gar nicht. Ich frag mich jetzt, obwohl ich in Deckung war, warum wurde ich getroffen? Der hätte mich da gar nicht treffen können. Ich frag mich, obwohl ich hier doppelt Rollwegdings gedrückt habe, warum man nicht weggerollt ist, mein kleiner Penner. Ja. Du warst aber eigentlich, für mich sah das schon aus, als ob du aus der Granatenrange raus warst. Echt, ne? Bei mir war ich noch drin, aber er ist einfach nicht rausgerollt. Das hat so gestört. Ah, okay. Ja, vielleicht hat's ein bisschen gehakelt. Hat's verzögert. Irgendwie so. Erstmal hier die Kisten nochmal einsammeln, ey. Blendkanade. Wir brauchen Heels. Ja, gar nicht so einfach, das Ding hier. Ja, richtig knackig. Aber, ich glaub, wenn wir noch einen jetzt gerade weggekriegt hätten... Dann wär's besser gewesen, auf jeden Fall. Dann hätten wir länger durchhalten. Ja. Ja. Ich denke, dann hätten wir eine reelle Chance gehabt, das zu überstehen. Was haben wir hier? Oh, Dietrich-Set. Nett. Ja. Wo haben die denn gedroppt, die Lutscher? Hier oben soll noch ein Drops sein. Medikit wäre echt ein Traum. Ja. Vielleicht hier hinten. Das ist wahrscheinlich extra so angelegt, dass du hier keins kriegst. Ich hab momentan zwei. Damit wäre ich zufrieden. Ich mach mal eben was anderes. Ich guck mal eben, ob ich noch was ändern kann an meiner Skillung. Den hab ich. Das Geschütz, das könnte ich mal hier umrüsten. Auf, was soll ich nehmen? Feuer oder auf Strom? Kein Plan. Auf Schock. Bei Strom, da können die sich erstmal nicht bewegen. Bei Feuer. Feuer ist auch sehr effektiv. Hm. Auf jeden Fall. Oh, da oben ist ein Medikit. Nicht mehr blass. Da können sie das nicht mal eben wegtreten, glaube ich. Hier oben ist nicht schlecht. Vorausgesetzt, die werfen da nicht wieder ihre Granaten wie die Wilden. Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Oder eine Alternative wäre, dass ich auch meine Haftgranaten nutze. Aber ich glaube, das ist schwierig zu handhaben hier. Die rennen ja wie die Wilden durch die Gegend. Kannst du nicht jetzt schon Haftgranaten platzieren da? Nee. Oh. Gedrückt. Ja, sehr gut. Äh, ich dachte, ich mach mal. Warst du noch nicht bereit? Doch, doch. Ich bin breit. Ich muss nur auf die Sniper oben noch achten. Die sind wichtig. Da ist schon wieder einer, siehst du. Da ist schon einer. Vor uns ist auch schon einer, der klettert gerade hier hoch. Oh, wie schnell war der denn der denn? Der war gebackt. Ja, auf jeden Fall. Sniper ist weg. Verlena unten den... Ah, hier ist noch einer. Boah, die halten jetzt drei Schüsse bei mir aus. Ja, ist das Levelunterschied auch, ne? Sniper oben, Achtung. So, ich hab einen da unten erwischt. Sniper weg. Ja, Sniper hast du. Hier hinten hab ich da noch einen gesehen, links, oder? Wo siehst du denn? Ach, da, hinter der Säule. So, jetzt sind wir irgendwie schneller. Kann das sein? Bis die Big Daddies kommen, ne? Ja, ja. Was hat mich denn jetzt getroffen? Die Verstärkung hat eben die Hälfte des Tunnels passiert. Äh, hier durch den Zaun krieg ich den so schlecht. Ich arbeite dran. Den Kumpel hier. Ja. Der kommt jetzt rum. Ich hab den anderen mal mit dem Turm beschäftigt. Weitere Feinde unterwegs. Boah, ich werd grad hier mit Granaten beschossen. Das ist der Typ, glaub ich. Ja, sehr, das ist der. Boah, der wirft hier. Achtung, geschützt hat er wieder stehen. Ja, jetzt kommen die Bickys. Boah, der darf, oh, hier schon wieder oben. Oben sind welche. Ach du Scheiße, ja, ja, ja. Aber das ist, der, der ist nicht so schlimm. Ja, geht, ne? Ich liege. Fuck! Entschuldigung. Geh an die Kiste, geh. Oh, nee, ne? Scheiße. Das gibt's gar nicht, das gibt's gar nicht. Wir machen irgendwie, irgendwie haben wir hier den Dreh noch nicht raus. Vielleicht sollten wir uns doch in den einen Raum da rein... chapter 1 Verse 2 1975 Musik 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 ige Musik Musik Musik